Heute sind die größten Tiere in Deutschlands Wäldern Rothirsch und Wildschwein. Im Oktober ist die Zeit der Brunft. Und dann haben Rothirsche nur eins im Sinn. Weibchen. Der stärkste Rothirsch hat einen Harem. Dazu gehören etwa 10 bis 20 erwachsene Hirschkühe. Mit den meisten von ihnen wird er sich paaren und so für Nachwuchs sorgen. Die Zeit der Brunft ist für einen Rothirsch äußerst anstrengend. Alles, was er jetzt tut, kostet eine Menge Energie. Wie hier zum Beispiel, wenn es darum geht, das Rudel zusammenzuhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.kfh.at Untertitelung des ZDF, 2020